hey liebe tigler eine neue ausgabe your weekly dose of crossfit und jetzt können wir wirklich danach schauen wie es uns gefällt die erste vollständige woche von unserem neuen programming und ein neuer start in den nächsten zyklus von melting movement auch da gehe ich noch ein bisschen näher darauf ein die woche startet am montag mit einem double tabata also tabata ist normalerweise acht runden 20 sekunden on 10 seconds off und wir machen acht runden von 20 sekunden on 10 seconds off 20 sekunden on 10 seconds off also anstatt vier minuten acht minuten trotzdem ein super kompaktes komprimiertes workout aber ihr werdet merken das geht es kommt hinten raus richtig stark an aber was wir haben sind ring muscle ups oder low ring muscle up transitions und clean and jerks das heißt nicht die vorgabe wie viel ihr macht in der zeit sondern die zeit zählt sozusagen leichtes gewicht für die klinen jerks man sollte in allen 20 sekunden also acht mal 20 sekunden an broken arbeiten können ohne die stange loslassen zu müssen bei den ring muscle ups ist was richtig cool ist auch hier ist keine vorgabe wie viele macht das heißt wenn ihr sagt an dem tag habe ich gerade muscle ups zum beispiel gelernt ich kann eine der varianten umsetzen und einen in den 20 sekunden machen dann hätte jemand der neu damit start acht stück gemacht oder man gibt den versuch einfach und hat jede mögliche jedes wieder jedes wieder jedes intervall die möglichkeit sich daran zu steigern oder auch wieder zurück zu gehen und man sagt jetzt reicht es mega cool für den umsatz in clean and jerks also in weightlifting und mega cool im nächsten schritt machen in den gymnastics oder in 20 sekunden gucken wie viel funktioniert gefällt mir sehr sehr gut genauso der dienstag eine neue art der herangehensweise ein four time also ihr versucht so schnell wie möglich durch das walk out durchzukommen mit 20 zügen auf dem rudergerät fragt ihr euch was soll das ihr macht 20 züge auf dem rudergerät und dann geht ihr rüber an die wall wall station macht zehn oder 15 wall walls und das macht ihr so lange bis ihr 2000 oder 1600 für die damen oder wenn ihr sagt das ganze ganze menge an volumen 1600 1100 meter insgesamt erreicht das heißt ihr dürft nur nur 20 züge machen und dann versucht so weit wie möglich in diesen 20 zügen zu kommen wenn ihr natürlich noch nicht bei dem maximal wert an metern seid dann geht ihr in die wall walls und dann geht ihr wieder zurück aufs rudergerät und dürft wieder ziehen natürlich geht eure kraft irgendwann aus aus den armen aus den beinen und das heißt die züge werden nicht mehr werden wahrscheinlich das heißt also die züge bleiben bei 20 aber ihr werdet nicht weiter kommen in den metern super super interessant sich daran kennen zu lernen und die technik im rudern von anfang bis ende versuchen so sauber wie möglich zu halten damit man in jedem der blöcke so weit wie möglich kommt melding movement geh später ein bisschen darauf ein kommen wir dazu mittwoch mit line run ghd sit ups oder straight leg sit ups damit wir in die gleiche bewegungsform kommen mit einer anzahl meter an laufen 400 oder 300 meter was ihr hier seht da geht es wirklich darum dass ihr die mitlein spürt beim laufen und umgekehrt das ist ein richtig cooles workout krasses training ihr werdet merken wie das in runde drei wirklich ankommt sehr sehr schön programmiert hier nach den zwei tagen in denen wir ganze menge volumen hatten hier einmal aufs laufen auch zu konzentrieren der donnerstag ein benchmark girl mit allen eins von den neuen das sind drei runden auf zeit 20 burpees 21 dumbbell snatches mit einer dumbbell und zwölf dumbbell thruster wenn hier nicht genügend dumbbells für zwei die thruster sind mit zwei gedacht da wären können wir hier auch zwei kettlebells nehmen sehr cooles workout haben die wenigsten wahrscheinlich schon mal gemacht ist eins von den neueren drei runden klingt wenig aber allein dass 60 burpees drin sind dieses workout zieht sich und verlangt richtig viel von euch ab mega coole kombi mit dumbbell work also or object das ist ein richtig schönes weightlifting wir sind im clean tag in der clean woche sozusagen wir machen hier auf relativ hohes volumen power clean squat clean front squat jerk 1 1 1 1 1 bis 80 prozent in snatch polls und ein bisschen behind the neck strict press klassischer weightlifting tag der euch richtig viel spaß machen würde kann man wenn man möchte kombinieren ihr werdet aber merken dass das tatsächlich recht viel kraft kostet überlegt euch ob es nicht gegebenenfalls sinnvoller ist sich auf eins von beiden zu konzentrieren weil ein benchmark girl sollte ein wirklich da lege ich alles rein was ich habe noch in weightlifting sollte die konzentration hoch sein überlegt euch ob es nicht gegebenenfalls ausreicht eins von beiden zu machen freitag snatch und stamina ich mag auch hier wie die programmierung hier wie das hier welche möglichkeiten es gibt ich habe ein bisschen was für uns angepasst dafür das ist richtig cooles programming sieben sätze for load ein full snatch oder drei snatches ein wenn ich sage ich weiß ungefähr wie diese bewegung funktioniert ich weiß ungefähr wo meine endgewichte sind ich versuche im siebten satz dort anzukommen oder ich versuche ein bisschen volumen rein zu bekommen weil ich das noch nicht so oft gemacht habe und dann kann ich drei snatches gehen haben wir das gemacht das ist praktisch unser weightlifting tag für alle am freitag dann gehen wir gemeinsam und ihr dürft euch raussuchen in bike row oder ski von meters acht sätze 45 sekunden easy pace 15 sekunden as fast as possible im wechsel ziel ist es diese 45 sekunden einem gleichmäßigen lockeren tempo zu fahren das ist klassisches intervall training um bessere fitness zu bekommen hier geht es darum in 45 sekunden den puls komplett runter zu bekommen in 15 sekunden wirklich alles zu geben was ihr habt und das im wechsel für acht runden acht minuten hinten raus kleiner finisher noch mal extra gefällt mir sehr sehr gut und dann am samstag keine iwt mal iwt eine spezielle abfolge hat sondern ein melting matcon ihr bekommt trotzdem eure kohlen 33 minuten of fun es gibt nur keine offizielle pause das heißt wer richtig verrückt sein will arbeitet entweder 33 min durch oder ist früher fertig gehabt die möglichkeit eben for time fertig zu werden part a b und c ihr werdet an verschiedenen stationen starten part a 60 toast to bar oder knee raises mit jeder minute und es startet bei null acht burpees und dann dürft ihr erst in toast to bar knee raises gehen und ihr müsst es ansammeln das heißt ihr barstatt bei minute null mit acht burpees dann macht ihr toast to bar so viele wie funktionieren bei minute eins acht burpees dann dürft ihr wieder toast übermachen bis ihr 60 aufsummiert habt gleiches spielchen bei den clean and jerk 30 clean and jerk mit acht calories row das heißt hier geht es darum super intensiv zu rudern und ein gewicht zu finden auch wenn ihr eine angabe dabei ist bei dem ihr mehr als zwei drei vier fünf am stück machen könnt ihr tendenziell an das gewicht vom montag orientieren und das letzte 90 wall balls und mit jeder minute startet ihr 100 meter run ganz wichtig zu sagen bei dem row ist es alle zwei drei minuten bei allen anderen every minute on the minute das geht eher in die tendenz von 33 minuten hinten raus viel spaß bei dem workout und dann am sonntag noch mal ein partner workout wie diesen sonntag auch gefällt mir sehr sehr gut 200 box step ups und 150 kettlebell russian swings die wir machen werden bei den step ups der partner hält die kettlebell in front rack position also hier vorne während der andere partner die step ups macht also ohne gewicht die step ups und der andere partner macht l hold oder tuck hold während der andere partner die kettlebells macht das heißt immer nur immer beide müssen arbeiten wenn einer pause macht muss der andere auch pause machen und durch diese kleine zusatzübung werden diese relativ entspannten 200 step ups und 150 russian swings die euch aufteilen können wie ihr wollt zu einem richtig feinen finisher komplett workout ist es ein richtig cooles ding kommen wir zu melting movement und oh mein gott das wird ein super cooler monat bar muscle up wir arbeiten uns auf die kippe hin den glide kipp in dem wir den bar muscle up nach oben kommen werden ziel ist es kraftaufwand so gering wie möglich zu halten bewegungsverständnis so hoch wie möglich zu machen so dass die meisten alle die möchten in irgendeiner form wenn ihr es schafft in jede der einheiten zu kommen den schritt näher zu machen oder tatsächlich den bar masken abzumachen es gibt diese zwei varianten einmal diesen mit der engen kippe und einmal mit dem glide kipp den man eher aus dem turnen kennt der glide kipp braucht weniger kraft das heißt mehr menschen hätten die chance auf diese art und weise das umzusetzen kommt vorbei die stunden sind der knaller das kann ich jetzt schon sagen habe wahnsinnig viel in den letzten wochen input gesammelt um das neu zu programmieren das werden richtig schöne einheiten mit übungen die ihr so in der form noch nicht gemacht habt viel spaß dabei viel spaß in dieser woche wir freuen uns darauf dass ihr da seid gebt alles der christ und das ganze team bis bald